1937 beginnt Franz Huchel seine Lehre bei einem Wiener Trafikanten. Österreich steht kurz vor dem Anschluss ans Dritter Reich. Und für die nazitreuen Nachbarn ist der Laden, in dem Juden bedient werden, ein Dorn im Auge. Ein jüdischer Stammkunde ist Sigmund Freud, der dem unglücklich verliebten Franz Ratschläge gibt. Ging dein Bauchweh und die quälenden Träume. Leg dir Papier und Feder neben das Bett und schreib sofort nach dem Aufwachen alle Träume auf. Der Trafikant basiert auf Robert Seethalers 2012 erschienenem Bestseller, der mittlerweile einen festen Platz als Schullektüre hat. Die Verfilmung dagegen fällt ab. Die Schauspieler sind zwar erlesen, aber die Inszenierung ist arg gediegen. Mehr Leidenschaft hätte der Widerstandsgeschichte gut getan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017